Hallo Leute und willkommen zurück zu Lego Star Wars, die komplette Saga. Die ersten paar Parts sind ultra kurz, deswegen gucken wir mal, vielleicht pumpe ich heute schon Episode 1 durch. Wir sind jetzt im vorletzten Kapitel schon, wer weiß, der letzte Part war sehr sehr kurz, vielleicht wird der hier ein bisschen länger. Episode 1 Die dunkle Bedrohung Kapitel 5 Eroberung des Palastes Auf Coruscant erkennt Königin Amidala, dass der Senat von der Handelsföderation korrumpiert ist und sich hinter seiner eigenen Bürokratie versteckt. Enttäuscht kehrt sie nach Naboo zurück. Mit Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, Captain Panaca, dem astromektoiden R2-D2 und Anakin Skywalker, dem jungen Podracer von Tatooine, plant Amidala nun die Rückeroberung des Königspalastes und die Gefangennamme des Vizekönigs der Handelsföderation. Lange Wörter Lange Wörter Lange Wörter Zack, da werden wir gestalten als Obi-Wan, interesting. Danke Panaca Wo ist Panaca? Kann Padme inzwischen ausweichen? Ja, okay, jetzt kann sie ausweichen Da ist R2-D2, der muss kurz seinen Stöpsel da rein stöpseln und zack Zack, und schon kommen alle rüber Zack Auf So Guck mal, der Part ist doch schon länger als der letzte Ich glaube aber, das Potrain-Ding war auch der kürzeste mögliche Part, den wir jemals bekommen werden Zack, so, jetzt wird es ein bisschen komplizierter Ich glaube, das ist ein bisschen komplizierter Zack, Treppe repariert Später, wenn wir einen Haufen roter Steine freigeschaltet haben Und die Level nochmal spielen Das wird so sweet Man könnte in diesem Spiel so viel coole Sachen mit roten Steinen machen Es ist jedes Mal, wenn ich dann denke, was man im Spiel alles machen konnte Und dann denke, was man in Skywalker-Sage alles machen kann Bin ich so unendlich hart enttäuscht Es ist wirklich Ja Da 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 ist der kleine Anakin Skywalker Der nur Luke kann Ich komme nicht nah genug an, um zu wechseln Ich dachte, man muss das Ding aus dem Weg heben Ich glaube, da falle ich jedes Mal drauf rein, wenn ich das Level spiele Ein Jedi und jetzt durch da Zack, so, dadurch kommt Jedich hoch Dadurch kommt ein kleiner Anakin hoch Dadurch kommt ihr hoch Jetzt muss nur Zack, Rampe für Erzohr muss gebaut werden So, der kleine Anakin kommt durch die Luke hoch Die Jedi kommt durch Ignorieren der Gesetze der Physik da hoch So Zack, da ist der kleine Anakin So Und da sind wir So 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 Gegner So Obi-Wan Spiel mal Den defensiven hier Ups So So Soh... Zack, Problem gelöst. So. Finally. Eine der Sachen, die mich an diesem Spiel stören, wenn es auch nicht viele sind, ist die Tatsache, dass CPU-Charaktere keinen Schaden verursachen. Und du bei den großen Schlachten immer quasi mit für die CPU-Charaktere kämpfen musst. Hm. Ich hätte gedacht, dass jetzt hier noch der letzte ist. Habe ich wohl vielleicht schon in Erinnerung. Okay. Ich dachte, man muss das machen, damit die losfliegen können, aber... Aha. Doch nicht mehr. Falsch in der Birne. Oh. Kein. Zack. Auch da habe ich als Kind mit hart gestruggelt. Wenn ich subjektiv, ist das hier schneller. Weil er jedes Mal so ein Stückchen vorhüpft. Als Kind habe ich immer nach einer fucking Ramp gesucht. Oh. Oh. Zack, hier seht ihr jetzt mal das aktuelle Roster. Wenn es schneller ablaufen würde, würde ich es nicht mal überspringen. Aber damit würde ich sagen, das war es mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst eine Bewertung da. Möge die Macht mit euch sein. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.